Bonne Das sind glaube ich nur 3 und dann bist du durch Dann kommt dann irgendwann der Bass Ok, show me Haben mir meinen Speedrun dazu angeguckt, wie der da lang gesprungen ist So ganz gelangweilt und immer auf den ganzen Dingern drauf rum gehüpft Wie so ein Warnier Ja Ist zum Glück überhaupt nicht so Gameboy Style Das Muss man das machen? Äh, ja Ehrlich? Nö Mann, ey Verarsch mich nicht Durch eine Abkürzung Das meine ich so, wenn du so häufig so ein Spiel wie ich spielst Das ist dann irgendwie Kennst du den Weg gerade nicht mehr ab? Genau, das war eine Abkürzung So Übrigens das Spiel ist Super Mario, nicht Street Fighter Achso Ja, du spielst das wie mit Kombos Ich glaub du bist schon hinter dem Ziel Ja Aber warum ist Ja Ich glaub du bist schon hinter dem Ziel Ich bin ja auch gegen die Zeit, wie lange wir noch Zeit haben. Oh ja. Wenn du wieder möchtest, sag Bescheid. Ja, mach erst mal weiter, ja. Du bist die ganze Zeit ja dein Playway. Ich bin schon in Ordnung. So haben die Leute was zu gucken, weil ich würde immer nur verrecken. Ach komm. Wozu? Oh, Mann, ja. Nee, ich bin eh nicht gestinkt. Was sagst du? Ja, ich weiß ja auch nicht. Das ist so ein Labyrinth und ich, wie du schon laufen kannst. Ah ja, ich mag das schon. Ist übrigens Dry Bone, der Typ. Und Skelettvie? Hm. Nennt sich im Deutschen Knochen trocken. Das ist fies. Ich wollte doch nur mal mich am Kopf kratzen. Und dann noch mal. Verdaulicher. Ja, natürlich. Machen die das jetzt auch schräg. Sagt mir das was, dass wir richtig sind. Jetzt müssen wir ja hoch, dann nach rechts. Eine innere Schweinehunde. Der innere Schweinehunde. Kann man das auch eins verwenden. Dann kommt da irgendwie ein Power an. Am Weg. Die kann man natürlich mit dem nicht kaputt machen. Ja. Woher war das jetzt? So, ja. Jetzt kommt das Vieh. Da ist hier ein Power. Boah. Dann kommt rechts die Tür. Das ist fies gemacht. Eil dich am besten. Ja, das ist magisch. Das ist die andere Frage. Krass. Muss die ja tippen. Na gut, der entgegen noch. Na, das meine ich. Das ist ja um. Das ist mies. Also fies. Also total krass. Bah. Siehste. Das meine ich. Der kann sich auch wehren. Mieser. Das war bei Super Mario World. Da gibt es doch diese Welt mit den Dinos, die sich da so drehen. Auf diesen Karussell. Ja. Dann habe ich es doch tatsächlich schon geschafft. Das haben wahrscheinlich schon viele andere vor mir geschafft. Aber ich habe es auf jeden Fall auch geschafft. alle Vierer kaputt zu machen. Und dann während der Screen ausblendet. In die Lava zu fallen. Ey, Spaß muss sein. So. Ich habe jetzt gerade keine... Ach, das ist jetzt die Welt, wo ich vorhin sagte, wo dann die Kanone kommt. Mhm. Jetzt hab ich da schon gemacht. Okay. Bin ich mal gespannt. Was meinte ich? Da kommt noch immer... Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Oh mein Gott, du mein Gott! Du bist verletzt! Sie sah miese... Kann er dich eigentlich auch überfahren, der Panzer? Ich hab keine Ahnung. Ist ja unrealistisch, wenn nicht. Na klar! Alles ist so pop und so kann ich kein Problem machen. Glaubst du? Klar. Das war's glücklich. Was war's? War denn das da mit der Kanone? Vielleicht in deinem Träumen? Nee... Nein! Ich glaube, die haben das mit den Viechtern da eingebaut, weil das ja immer der Trick ist, um so eine Tür aufzumachen. Jetzt glaube ich auch langsam. So... Jetzt kommt der Base-RNG schon. Hä? So... Eigentlich höre ich, dass der Pikaner dabei ist, wenn wir das machen. Und er ist gerade mal eben raus und hat... Das stille Örtchen aufgesucht. Das stille Örtchen aufgesucht. Ah, jetzt ist er wieder da. Ja, fiese Sachen, wie ihr gesehen habt. Ich war hier auf dem stillen Örtchen. Ich hab' nur mal nach dem linken und nach dem rechten geguckt. Ich hab' da ein merkwürdiges Geräusch gehört, das von einer Katze ausgelöst wurde. Gibt's jetzt komisch so ein merkwürdiges Geräusch von einer Katze ausgelöst? Jetzt ist hier irgendwie so ein komischen, komischen Sheet. Äh, nicht Sheet. Ein Bug. Das ist rechts ein Leben und wenn er dann irgendwie... Und wenn ich jetzt hier so geduckt da so reingegangen wäre, dann hätt's mich ja durch, leider rechts durchgeschmissen. Durchgeglitscht? Ja. Hab' ich mal ne Video gesehen, aber ich glaub's noch nie selber ein Video. Ah, das kriegt man auch selber hin, hier, da hochzukommen. Das Häppchen, das kriegen wir noch, machen wir noch kleine. Übrigens hasse ich diese Dinger, wo das auch von oben runterkommt. Ja, das ist geil. Vielleicht haben wir ja noch die Erde. So, normalerweise sollten wir jetzt hier... Da rein? Ja, da ist man da, weil das ist so ein Ding. Ah! Jetzt können wir uns von dem Anlauf liegen, da wo sind wir da. Cool. Sehr, sehr neckisch. Wieder gewusst wie, ne? Sportenergie? Oh, Laserstrahl! Laserstrahl. Nein! Das klingt nach Bowser. Das Bowser. Sie sehen, dass das die Katzen sind? Ja. Die Katzen sind ziemlich laut, aber für das die Katzen sind. Weißt du, wie man den sieht? Auf dem Kopf stimmen? Ähm, nach rechts laufen? Nein. Der muss sich nach unten selber durchbuddeln? Ich dich! Machen wir mal kurz an der Nose krabbeln, so. Kotze on the nose. On the nose. Ziem, bis zum nächsten mal kurz an. Äh! Hö? I closer imagine done. Wow. Jaaa. Du hast jetzt gesehen wie es geht, dann gehe ich jetzt mal eben ausdrehen. Ich probiere es einfach mal. Ich werde grandios Scheiter haben. Ich krieg das schon mit, hier sind Laserstrahlen. Laserstrahlen. Muss ich hier durch die Tür gehen? Äh ne, das sollte eigentlich so komisches gehen. Ja, Kambuch, aber das ist weg. Dann muss ich vielleicht rausgehen, das ist weg. Ah. Du, 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 du. Ich muss mich konzentrieren, Leute, tut mir leid. Also, wenn man auch kleines kann man sich das anscheinend nicht durchglitschen. Wow. Uiuiui. Uiuiui. Ja. Scheiße. Dammit. müssen wir noch woanders jetzt lang weil ich blöd bin solange wir noch mal anderen teil des levels kennen super toll hat sich sehr gelohnt dieser strahl laser strahl ich habe mich wacker geschlagen ok das hat er nicht gemacht Na, das war mal gespielt. Ja. Sehr gut. Geil! Komm mal, immer dann. Es ist nicht mehr Let's Play. Oh mein Gott! Schau, du Idiot, Junge! Wer macht jetzt die Tür auf, wenn keiner mehr da ist? Die geht von alleine auf. Ach so, das ist so eine Trigger-Tür, die automatisch, wenn der Besitzer kaputt geht, aufgeht. Ist was aus, dann. Nice. So. Ich habe Super Mario durchgespielt, toll. Ich bin nicht da rein, nein! Tschüss Leute! Mein Gott! Das ist aber Daisy und nicht Peach, ne? Bei mir auch immer. Oder? Ich habe keine Ahnung. Das sieht auf jeden Fall aus wie die Textur bei Super Mario Bros. 2. So ein bisschen. Sieht ein bisschen aus wie Zelda. Sieht nicht aus wie Zelda. Ich sehe nicht aus wie Zelda. Danke! Aber Prin... Prin... Es... Zinn... Ist in einem anderen Schloss. Und das... Ja? Vor allem äh... Prinzess... Zinn. Ja! Prinzess Zinn! Ja toll! Ist doch da jetzt in einem anderen Schloss? Ja! Kann doch gar nicht sein. B Wahsan! World Warน Grassland! Oh yeah! Welt 1. Welt 2! Desertland! Ich muss auch für die ganzeM야 Bros. Teil der 2. Das ist der 2. Und doch bei einem im nächsten Fall. Der 2? Ja aber Morol Brause 2. Ja wo du so komische Charakters hast, die eigentlich gar nicht Mario sind, sondern nur wie Mario aussehen? Mario Land 2 mit Prinzessin, mit dem Pilz, mit Luigi und Mario. Ehrlich, ja? Ich mag den überhaupt nicht. Ich finde den voll toll. Aber ich spiele immer nur mit dem Prinzessin, weil der am besten fliegen kann. Wenn der dann mit Luigi spielt, ist das doch voll komisch. Ja, allerdings. Aber da hat ja aus dem Spiel Luigi seine tolle Fähigkeit, so komisch zu springen. Ja, super. Toll. Super gesprungen, Luigi. Welt 6 Island. Da haben wir angefangen. Ja, die war kack. Oh, ja. Also da haben wir mit Aufnahme angefangen, nicht mit Spielen. Und dann kommt natürlich die Pipeline. Ich glaube, ich habe zu World Plus bis World 7 wirklich gespielt. Und dann musste ich immer ausmachen, weil meine Eltern nach Hause wollten. Oh, Darkland. Welt 8. Und jetzt? Das war Ende. Ende. Die Ende. Und dann auch noch so toller Comic-Style. Also jedem sei empfohlen, lieber die Englisch- und die Nahrwaisen zu spielen. Ah, das ist doch ein bisschen merkwürdig. Das ist weder eine Übersetzung noch irgendwas.